ähm wait a second wo ist meine leiche ah ja hier ist sie drinnen genau ja 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 Oder geht es hier weiter? Das könnte eine Abkürzung sein. Da unten ist ein Stargazer. In der Realität wird dieses dünne, in der Brett kann man ja nicht wirklich sagen, äh, diese Latte eigentlich abgebrochen, durchgebrochen, wie man ja gesagt hat. Hätte das nicht aus Stein sein können? Ja, das ist der Einstieg. Oh! So, Item übersehen. Ein Sägezahnrad. Ein Sägezahnrad. Ein Sägezahnrad. Ein Sägezahnrad. Oh, die werden erst dann aktiv, wenn man in der Nähe von denen ist. Äh. Gut, dass ich diesen Puppen... 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 Wie heißt das Ding nochmal? Den Puppenreißer habe. Puppenreißer. Puppenreißer. Oh. Puppenreißer. Ich dachte das wäre ein Flammenwerfertyp hier, aber okay. Puppenreißer. Okay. Puppenreißer. 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 Je sterben Vesca. Ja. Oh. Oh, what? Ist das Aletsch hier oder wie auch immer der Typ nochmal hieß? Der war die ganze Zeit hier? Huh. Oh, mein. Ein actual, factual guest. Ha, 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 ha. Ich wünsche dich willkommen, Puppet von Geppetto. Das ist unsere erste Face-to-Face-Meeting, ist es? Ha, ha, ha. Und ich hoffe, dass du nicht zu verabschiedst zu den Rhymen. Es wird zu sein, ohne den Transmitter zu helfen. Willkommen zu meinem Sanctum Riddles. Ja. Ich versuchte, dass ich nicht wirklich erwartet, dass du diesen Rhymen in Person gemacht hast. Oh, das Häusch. Ich weiß nicht, dass du auf dem Weg hast. Was da viel Blut? Was da viel Blut? Außer was, was... all über dich? Du? 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 will show what, or who, uh, you are. Who you have decided to be. Now listen closely and heed the king's speech, or the answer to this one will stay out of reach. Are you a puppet? Or a human being? Or a human being? Which one are you? Are you a puppet? Was ist jetzt die Lüge? Finally, you understand! Ah shit. Ich glaub das war die Wahrheit. Yes, we are human. We may be trapped by Ergo, but we live, we think, we love, we hate. They have locked us in the prison they call puppetry. I learned this truth long, long ago. That is why I've been exacting my revenge against them all ever since. Blood and revenge, revenge and blood, it's the only thing that truly drives me. And it was so much fun! Even if you're lying right now, even if you don't believe your own answer, the truth is clear. Proof is evident. Only humans practice deception so intensely for reasons that are so... Unnecessary. Well... Well... These moments of clarity are enjoyable. Now the rhyming, it helps me maintain focus. The urge to kill. That I feel every waking moment. But... No play can go on forever. No. It was fun while it lasted, son of Geppetto. The king of riddles shall now... retire. Alchemist's... Alchemist's... And... What? Do you feel your warmth? Oh, I still got something. Okay. Nice. The play is over. You don't have to go home or straight to hell. Well, that would be my choice. But you can't stay here. Not if you wanna live. Hahaha. Hahaha. Wie er angerufen hat, oder ob er ein Serienkiller ist. Weren't you curious, huh? Don't you wanna know? How? Of course you do. Delicious. Hahaha. Time is all I have left. But your time is limited, Geppetto boy. I will gladly waste every moment you have, if you like. It's your life. So, come on. Now or never. This tower is absorbing all the Ergo and Krat. It was built in this precise location, because it's the most efficient place in the world to study and use Ergo-Wavelengths. But it's not even about me. Or you either. This is about the goddess and the tower. Now she, who, is worth saving. Sofia? Her power is impossible. Her knowledge is endless. She is more, well, awakened than any of us. And you see, she has so much power. It's not like she'll miss just a little. So, I have simply been sharing. Why bother? Well, I was bored. Is there any more human motivation in all the world? What if I made a puppet of a human the way they made humans of puppets? What could possibly be more fun? More suitable? The play's over. Ah, your eyes are sharper than your wit. You found the gift I left behind. Wasn't it a sight to behold, huh? I learned from, uh, an alchemist when I served him. Thanks to him and his surprisingly low pain threshold, I learned the location of their secret island. Humanity sullied its own sanctum long before I found it. Blasphemed against itself. Against us. By playing God. But, I'm an artist. Murderer is a word the humans use to restrain us. To make us refuse our strength from power. I'm an artist. An artist of blood. I have to admit, sullying that particular sanctum was well. Fun. Even now, the memory is enough to make me shudder with something approaching joy. If only I could relive that triumph. The play is over. Oh, no more. The truth is, is it the Vennini-Vorfall? Vennini? A beautiful fool, but a fool nonetheless. A mere slip of a boy when I met him, huh? And did he ever thank me for making him an orphan with my bare hands? For giving him everything he has on a silver platter by removing the dead weight holding him back? Huh. Of course I'm not sorry. It was a delectable murder. Of the many, many I have committed since the Venninis, they have to be my personal favorites. They engineered the very first automated puppets. Enslaved puppets without even understanding what they've done. They didn't go there to take revenge for what his parents did. I mainly just wanted to slaughter them because they were so damned happy. Oh. What a great memory. In their last moments, they begged me not to kill their child. Huh. So I didn't. I'm not a machine. I have free will. I made a choice in the heat of the moment. And it was a choice driven by that most human of emotions. Curiosity. If the child survived, would he be traumatized for life? Become a coward? A vengeful puppet hating bigot? A despairing wretch? Would he fling himself into the sea? Would he remember the devil that orphaned him before his eyes was... A puppet? Would he remember... Isla Kino? Not surprisingly, the alchemists and people of the workshop were as artless as I expected. Concealing the truth! Thanks. Thanks to them, I get to see Menini endure twice as much pain. I cannot control myself. Oh, you're so satisfied. Menini is one of my... Greatest accomplishments. Perhaps even... My masterpiece. Hm. Hm. I suppose I can return this. I've held onto my... Little souvenir for quite some time. Tell him it's a little something... To remember me by. Mond-Welt-Krieger-Spielzeug. The Plays... Angreifen. Okay, then I'm gonna look at him. 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 Eh... 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 ich noch ruhig einfach killen scheinbar kann ich ihn ruhig einfach killen cool nice wollte ich eh machen da stand aber er ist eine kopflose puppe das bezweifle ich sehr ich sehe nämlich ein kopf hallo leuchtendes ergo aber warte mal kannst du denn also wie nini achino zu lebzeiten oder wieder was nicht hundertprozentig jetzt gerade sicher aber okay er ist der mörder der eltern von venini und venini ist daraufhin dann nicht unbedingt zu batman geworden aber zu sowas ähnlichem was ist das für eine komische puppe ein andenken an die familienmorde erhalten vom rätselkönig alecchino jemand hat es vor unvollendet gelassen die fürsorglichen eltern des jungen wollten für ihren geliebten sohn ein spielzeug herstellen das von dem krieger aus einem fantasy film inspiriert war das spielzeug wurde jedoch nie fertig gestellt geht das nach unten shit ich will nach oben wir gucken was da noch alles für items rumfliegen bevor ich dann wieder ein stargazer finde und dann wie nini vollquassel ja ich muss wahrscheinlich hier lang ich finde es gut dass die stimme von ihm obwohl sie verzerrt war vielleicht ganz 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 klein wenig ein bisschen schwierig zu verstehen vielleicht mal gewesen ist aber ansonsten größtenteils gut verständlich war finde ich nice weil ich weiß nicht warum aber du siehst du oder zinnsweise du hörst immer und immer und immer und immer wieder mal in irgendwelchen spielen wo dann irgendwelche charakter vorkommen die eine verzerrte stimme haben und würdest du kein untertitel anhaben würdest du nichts verstehen aber wirklich gar nichts weil das einfach so stark verzerrt ist dass man im endeffekt gar nichts verstehen kann kann ich da so rüber jumpen okay war hier nicht irgendwo ein weiterer lift hier ne war das der oder ne ich glaube das war der der ganz nach unten ging oder ne das war der da hinten ok warte mal vielleicht geht der nach oben ok der geht nach oben oh da geht sogar weiter nach oben hallo ich habe dich gehört aber ich wusste nicht wo du bist also kann man im endeffekt sagen das hier ist eine art vorstufe von dem anderen typen der so muskel verpackt ist oder es ist einfach nur ein weiterer alchemist ich glaube eine abkürzung oder wait geht es jetzt hier weiter und das andere was nach unten ging war was andere ist das der fuchs ich glaube da hinten geht es raus es kann sein dass das hier wichtig ist also der hauptpfad ist ne das ist die katze wow 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 you're really something seriously that's impressive how did you follow me all the way here fighting is always my last choice you know but you're not getting anywhere near my sister friend you'll have to go through me first and i actually thought we were friends was any of that true in the end i really don't care there's only one reason we were given a mission i'll let you go if you give me gold coin fruit warum zum geier sollte ich dem was geben der hat das hotel angegriffen gucken wir aber auch trotzdem einfach mal fix nach äh black hat guck 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 wo finde ich hier text wo finde ich hier text ich will nicht irgendwelche anderen sachen wissen also scheinbar kann ich ich vermute mal was ich da kurz nämlich gesehen aber ein so einer kleinen stelle die ich hier gerade lese ich vermute mal scheinbar kann ich dem jetzt einfach entweder die goldmünzen früchte da geben oder nicht wenn ich ihn gebe dann kann ich einfach von dann ziehen wenn ich es nicht gebe kämpfe ich gegen den wollte eh nicht die geben das work so much talking and tired of that to now there's no way around it you and i are going to continue this conversation stalker style and those conversations only end when somebody dies so let's chat you god damn talking ragdoll ich möchte da nicht stehen bleiben ah deine schuld ich möchte aber das war jetzt glaube ich verschwindet ist ein schild kaputt oder plötzlich weil sie dann in den straßen schwer und zwar eine ordentliche waffe kaufen soll naja das war verschwendung der initial schaden den ich da mache der ist nicht wirklich besonders gewesen der war dann etwas verstärkt gewesen egal bist du auch noch so blöd und rennst rein tja jetzt bist du eh keine last mehr wie man sieht ich vermute mal da geht es wirklich weiter richtig es geht wieder raus okay dann wieder zurück weil ich möchte den rest dann noch erkunden eventuell gibt es da irgendwas tolles möchte jetzt nämlich nicht da irgendwas messen zumal schambar unten der weg offenbar wohl dann womöglich eine sackgasse sein könnte aber Vielen Dank.